Ich habe nämlich dieses Jahr das allererste Mal und nur für den Herzberg mein neues Album. Da sind acht neue Songs drauf. Das gibt es bei dem netten, hübschen Herrn mit der türkisen Cota zu kaufen. Oder auch hier, bei mir vorne. Und für das Album haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Das ist das Verrückteste, was ich wahrscheinlich je gemacht habe. Und zwar haben wir jedes Cover selber gebastelt. Es sind alles unikate. Es gibt kein Cover, was doppelt ist. Und wir haben sie gebaut aus Landkarten und Yogi-Tee-Schachbällen und Räucherstäbchenpackungen und Indienbildern. Und es sind Sonnenblumsamen in jedem Dings drin. Und ich spiele drauf mit meiner Band, die meine Songs spielen. Und da spiele ich auch geil drauf. Und das kostet 12 Euro. Der nächste Song ist eine wahre Liebesgeschichte. Und zwar hat sie sich in Irland am Strand ereignet, als ich eines Abends spazieren war und mich verlaufen habe. Und ich wusste gar nicht, in welche Richtung. Ich wusste, weil alles furchtbar dunkel und schwarz war. Und ich wollte nach Hause, aber ich habe den wirklich gefunden. Und dann habe ich am Horizont ein Feuer gesehen. Und da bin ich einfach mal hingelaufen. Und da saß ein junger Mann auf einem Schafsfeld, der die Nacht über die Sterne beobachten wollte. Und da habe ich mich ganz fürchterlich festgequatscht. Und wir haben eigentlich die ganze Nacht durchgeredet, über alles Mögliche. Und dann sind wir am Morgen, hat er mich nach Hause gebracht. Und ich habe zwei Stunden geschlafen. Und dann haben wir uns am nächsten Tag schon wieder am Strand getroffen. Und ich habe einen Punkt gehäkelt. Und wir haben Yogi-Tee getrunken. Das war ganz wunderbar. Und darüber geht der Song. Das war ganz wunderbar. 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 Das war ganz wunderbar.